und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge von seven days to die wir sind in dem gedrehtesilo in der stufe 3 befallene quest das heißt das sind zwei gebäude aber wir haben dreier und die loot stage die loot stage ist jetzt bei mir 51 bei spektra bei 50 jetzt sehen wir die an 111 108 60 höher und hier steht schon grüner hier steht ein grüner die grünen weg ist er dann ist natürlich auch der loot höher also er kann besser sein muss natürlich nicht besser sein das ist tatsächlich eher ein also hier warte ich habe hier auf jeden fall in der wassertonne zwei bücher für dich gucken ob du dich schon hast das eine kenne ich mit bogenschießen das andere künst des bergbaus die habe ich schon so dann kann ich das andere nehmen das eine hatte ich das mit dem bergbau deswegen habe ich hier geben wollen aber ich habe es schon und das andere hatte ich noch nicht aber da wusste ich nicht ob du es hast deswegen habe ich dir erstmal das gegeben hallo drei zombies nebeneinander ist ja geil hallo die zombie horten kommen also die die wir kommen meine ich wir kommen hinter dir da springt runter es waren zwei auch einer weiter runter gefallen nicht nur 102 alle weg der vorschlag kammer regelt klar sonst ein dicker hammer wenn du das sagst klingt das irgendwie sehr verdächtig ich weiß nicht was du meinst hier geht es wieder hoch hier ist ein loot container mal bist hochgegangen ja ich bin runter wieder hoch und jetzt gehe ich wieder hier zu dir aber die roten lampen leuchten wird es gefährlich noch gott ich erinnere mich mit goldenen augen ein grüner ich lade mal nach ein hammer ich gehe mal ran ich habe als die angst dass er sich hier durch diese lüftungsgitter im boden krache ja ich auch hier war nix drin das ist meistens meistens ein so die gehen glaube ich dann auf wenn man ein bisschen knopf drückt aber ich mache sie schon mal auf na toll was los ach da stand nur gefühlte für 70 zombies neben der tür ich habe sie hier sind die klappen offen hier ist ein stein drin das ist super hier geht es weiter bei mir hier ist eine munitionskiste ja das ist die wahrscheinlich wir brauchen die kiste willst du sie aufmachen ja da muss ich erst mal auf die andere seite rüber moment ist denn da rüber gekommen ja ach so hier ist direkt die tür dass er hier die piste für im nächsten sind zwei zombies ein grüner ein grüner er hat mich fest gesagt ich kann ihn nicht sehen erst die leitung ja ich bin nicht raus gesprungen bin hoch und dachte da oben kann ich dann beim rucksack ist genau hier oben so der ist nicht da unten drin ja damit ist die quest bei mir aber gescheitert ich dachte die tür geht oben auf weißt weil die ganzen lugen eigentlich auch fahren aber die luke war nicht auf ich habe vergessen wie stark der der zombie zu legt so ein hühnchen auf dem bauernhof gibt es auch hühnchen so jetzt bin ich natürlich ein bisschen angeschlagen was meine nahrung und so angeht aber ich bin hier gleich wieder beim rucksack also klettert niemals eine leiter hoch wenn ein grüner zombie euch hinter euch her ist der hat mich nämlich zwischen band und decke eingeklemmt ich hätte hier noch ein buch für dich ja eigentlich ist das für dich aber du hast du schon ja ja stufe vier stein vorschlaghammer so das war der letzte zombie glaube ich ne der da war naja einer ist noch unten irgendwo war noch so einen orangenen punkt okay dann müssen wir da noch hin wahrscheinlich über den regulären weg und da ist noch einer ich wollte sie nicht wecken da das hätte ich ja vor uns schon sehen müssen eigentlich die tür habe ich nicht gesehen so zum händler jetzt kostet dann müssen wir zu dem zu deinem noch unter 13 m ist ja genau neben uns das passt der folge wir haben noch elf minuten erst aufgenommen ja ich muss noch mal kurz zurück laufen ein fahrrad holen ja das tut mir leid ich nehme es einfach mit ein fahrs ruhig das nächste gebäude ist nicht so groß auf da kommst du nur raus aber solange ich noch platz habe bräuchte nicht fahren dann kann ich da mitnehmen brauche ich nicht zurücklaufen ach so wenn du mal die logik du kannst doch von der tür stehen lassen und sachen die man stacken kann auch rein tun damit ich dann auch stecken kann so idee guck mal das sieht doch schon viel besser aus da ist mein inventar nicht mehr so voll das kommt dahin ich habe noch ein brennender schaft mod für dich wenn du willst ja warte mal wo willst du erst was würde den drauf machen kannst weil sonst manchen bei mir auf den stacheldraht knüppel macht es auf den stacheldraht nee du kannst nur stacheldraht oder feuer glaube ich mein stadt und brennender shop dann ist okay dann machst du rein ja okay ready ready or not ready 51 aktivieren gucken und erzählen in dein gesicht hier oben in den kleinen ein grüner schön lange betäubt wo die sie also jetzt ist tot tot oder tot geht nicht so nice so waren doch heute schon mal hier fällt mir gerade mal so in dem gebäude waren wir schon oh gott so weit richtig böse ja heilung ist in diesem gebäude sehr wichtig grüner die grünen und weit ist wie schlimmer noch einer noch mal einen einraum bei der weg ich glaube mal die gleiche loch an ich lade schon mal nach verkst jetzt hier 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 Weckste Raum. mit den türen ist cool ja mittlerweile endlich mal ich kann mich daran erinnern damals tür auf eine sekunde kurz reingeschossen tür direkt wieder zu kann ich mich sehr gut daran aber jetzt ne super die türen sind die natürliche barriere zwischen zombie und ist totes wie viele zombies da rauskamen jetzt weißt du warum die befallenen am anfang sie echt lecker aber dann werden die immer schwerer und kaufel gut gebraucht doch keine oder er war gelb jetzt wird es langsam krass was die was die ausdauer thematik angeht kurz erst mal die türen zu hinten in der ecke liegt da hier kann sie durchschießen mit dem bogen grüner die grüne geschafft ein 5er knorren mehr sondern nämlich ja habe ich auch gerade bekommen der schlagmann was für dich im in der kiste noch und die patronen gott auch für dich für die für eine brust kannst du die rein tun oder in die hose lädst du schneller nach ich nehme dafür den hast du hunger im spiel außer käsekuchen das ist noch ein blaubeer kuchen äh geht eigentlich dann ess einfach so munitione munitione da ist für allen für dich munitione drinne da oben war dann noch ein dachboden guck mal hier ist es kommt da die zombies runtergefallen oder warte mal versuchen ich habe ja das auf mich drauf springen oder ja das war nur zum unterfallen alles gut das ist damit die die zombies dann von der decke fallen ja hier oben ist halt einfach gar nix okay dann nochmal schnell zu dem fahrrad und ansonsten so mit der quest durch genau zack 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 ab geht er da peter aber erstmal ich weil ich muss laufen so dann war die zweite schon viel besser aber wie viel zombies in diesen einen raum wann hast du das gesehen wie viel heraus kann man fallen zwei weit also zwei richtig krasse ist nicht so ganz easy gewesen wie der die anderen male zuvor jetzt stell dir das mal in der stufe drei gebäude vor naja stufe vier oder was oder fünf was es auch immer gibt und dann auch noch in stufe vier gebäude oder shotgun messiah erst mal die nächste thematik wäre erst mal in stufe vier quest in stufe drei gebäude das ist ja schon mal krasser weil da ja auch schon mal grundsätzlich mehr mehr zombies drin sind aber dann ich weiß was ich nehme ja dann stufe vier vierundvierziger stufe vier vierundvierziger das ist eine gute idee oder schraubenschlüssel stufe drei nein nein schraubenschlüssel bin ich habe eine knache als auswahl eiserne armbrust stufe fünf das musst du jetzt entscheiden also wenn die was hast du gesagt magnum magnum ja eine magnum soll wenn du die nimmst wir haben auch ein paar kugeln dafür auch in der kiste schon ich habe 40 einstecken da wäre auf jeden fall gut weil kann ich die pistole nehmen und ich habe eine knache damit kann ich dann auch bessere sachen abbauen eine neue aufgabe bitte beseitige zombies in stufe drei gebäude das machen wir so in der nacht und also ich habe zum beispiel die diese quest nicht gemacht wo du die handelsroute öffnen muss ne und trotzdem kann ich stufe drei annehmen du musst sie also nicht machen muss halt nur einen tag warten tatsächlich das kann ich nicht da reinpacken was kein interesse an diesen gegenstand ok so ein halunge also wenn du mir die geben möchtest die pistole ich muss gerade noch mal gucken ja schnell wir haben gleich also pistole gibst du mir ne du kannst die magnum haben wenn du willst ok nehme ich die magnum schmeiße ich dir raus kein problem ich nehme die armbrust so dann haben wir noch was hier scheiße ich habe nichts neues angenommen mich trotter schnell 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 um 22 mal dazu ne 50 egal ich habe eine angenommen gleich machen und ich danke für die zuschauer bei twitch denn wir haben hallo einen schönen sonntag hallo riemann schön dass du bist ich hoffe du hast ausgeschlafen ähm ich verabschiede die aufnahme von twitch von youtube und wir sehen uns dann am morgen wieder beziehungsweise an einem anderen tag denn die horde steht ja kurz bevor noch zwei tage hingeben und dann bis gleich